Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chess Opening Video hier auf meinem Kanal mit eurem Brockman-Egypten-Community. Nun wollen wir wieder einen Blick in die Weekly Chess werfen und mal reingucken, haben wir jetzt richtig geilen Loot diese Woche oder haben wir diesen nicht. Und das fangen wir hier direkt mal mit meinem Main Krieger an, dann haben wir das Ganze nochmal auf dem Twin Krieger und ein ganz kleines bisschen haben wir hier noch auf dem DK gemacht. So bitte was mega mega interessantes für mich. Joa. Schrott. 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 Joa. Danke Blizzard, ey, für diesen wunderschönen Schrotthaufen hier, ey. Ja, richtig geil, ey, da toppt mich langsam richtig an, Blizzard, ey. Ich werd geil dabei. Richtig erregen, Blizzard, richtig geil. Oh. So richtig einer ab, ey. Bin fast gekommen dabei, ey. Holy shit, Blizzard. Shit. Ja, hier, was können wir da hier, da können wir noch ein bisschen, ist der noch Seenasche oder irgendjemand? Ne, gib's da einfach mal auf. Fucking shit. Ja, gehen wir einfach mal rüber. Gucken wir mal bei dem Twin Krieger, ob der mehr Loot Glück hat als ich. Äh, mit meinem Main Charakter hier oder nicht. Ich hoffe zumindest, dass er einfach mehr Loot Glück hat. So, dann öffnen wir das Ganze hier mal mit meinem Twin Krieger. Ich hoffe einfach, dass er mehr Loot Glück hat als mein Main. Bitte. So, was haben wir denn hier Schönes? Jetzt, ja, müssen wir mal ein bisschen gucken. Na, also ein Ring 252 ist sehr nice und auf jeden Fall sehr interessant. Die Brust ein bisschen eher weniger. Gut, hier haben wir noch mal einen Herrschaftssockel. Das wär zur Not gar nicht mal so verkehrt, ne. Den gleichen Kackring, den gleichen Kackring. Da können wir den hier einfach nehmen. Ja, dann nehmen wir einfach den Ring hier mit. Das ist, ja, Eis ist das Beste. Ja, im Nebel 16. Ja, auch nicht so das Gelbe vom Ei. Leider, 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 ne. Auch das Gelbe vom Ei ist hier nicht so wirklich gedroppt. Gut, da müssen wir, ähm, da müssen wir schon echt den Ring hier wegmachen, ne. Dann müssen wir uns einen neuen 230er mit Tempo viel, relativ viel Tempo kaufen. Weil, wenn wir jetzt den hier mal hier rüberlegen, ey, haben wir einfach nur 5% Tempo. Das ist halt richtig bad, ne. 5% Tempo ist dann halt schon ein bisschen bad. Ja, hier haben wir, hier verlieren wir ein bisschen Grid. Aber das ist halt nicht so schlimm. Aber so viel Tempo zu verlieren, das könnte wehtun. Ja, oh, ich überlege gerade. Wir könnten auch alternativ den Ring da hinlegen. Ja, und kaufen und holen uns Handgelenke mit relativ, anfangen erstmal die 230er mit relativ viel Tempo. Ja, das machen wir. Ja, so Handgelenke damit ein bisschen mehr Tempo holen. So, jetzt sind wir immer hier. Sieht doch alles nice aus. So, und dann gehen wir nochmal rüber zu dem Decay und gucken nochmal bei unserem Todesritter, wie dort der Loot aussieht. So, und zu guter Letzt machen wir hier nochmal mit dem Todesritter die Kiste auf. Da dürfte, glaube ich, auch nur eine Kiste vorne drin sein, genau. Ja, da brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Da können wir auch hier unten direkt nehmen. Einfach der größte Schmutz. Zack, was kriegt ihr? Ein Zehner. Ist doch nice. Ja, wie ihr gesehen habt, war der Loot in der heutigen Weekly Chast einfach mal, ja, Katastrophe. Es hat sich einfach im Großen und Ganzen für gar keinen wirklich groß gelohnt. Der Main-Vowie hat gar nichts genommen. Der Decay hat hier gar nichts genommen. Der Trink-Vowie hat sich halt hier in den Ring genommen. Aber auch dahingehend ist der Ring jetzt auch kein mega geiles Upgrade. Aber ja. Was soll man sagen? Die Weekly Chast mittlerweile ist eher nur noch so, hurra, ich mache sie einfach mal die Woche auf und gucke einfach mal rein, was für ein sinnloser Müll mich dort nur noch erwartet meistens. Leider. Aber ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet alle mehr Loot-Glück in eurer Weekly Chast auf jeden Fall. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Wie war euer Loot diese Woche? Hattet ihr was drin, wo ihr gesagt habt, ey, geil, es hat sich wirklich gelohnt, einfach diese Woche vielleicht, keine Ahnung, mythisch werden zu gehen, 15 Akis zu spielen für die Weekly Chast und Co. Hat es sich gelohnt? Ja oder nein? Teilt es mir unten in den Kommentaren mit. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn das Video euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Da dann weiß ich, dass es euch gefallen hat, denn, wie ihr wisst, meine Freunde, Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen. Und wollt ihr immer auf dem Laufenden sein, rund um World of Warcraft, um Livestreams hier auf diesem Kanal, dann könnt ihr oben rechts jetzt gerne auf kostenloser, freier Basis ein Abo dalassen. Dann seid ihr da immer wieder auf dem Laufenden. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, angenehmen Tag. Bleibt alle gesund, bleibt alle munter und ich sage nur noch, reingehauen, ich bin raus, verbrocken.